2 Leute willkommen zurück zum nächsten Bord so ja und mein Stahl ist ok ja hier hab ich eigentlich mehr oder? ja ich grad sage habt ihr noch einen Schuss gefunden? ne ok ähm Gehen wir ja weiter und zwar dieses Tor wow wow aus und wie ist hier grad Massensterben an der Sattfärde und woher ich bin oh cool also ähm oh ok ja bevor ihr weiter ähm ähm mal da rein wow so fliege ich wieder er gibt auch noch ja ja Leute ja Leute ja Leute ja Leute ja Leute was passiert nein ich lasse meine Mutter nicht zurück wow wow ja 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 sie macht mir irgendwie Angst ähm ich habe nichts gesehen ja super geile sache wow ich wusste es heute, dass er mit drin ist wow 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 hau ab neuer wie oft noch e drücken ja davon will unser held ich habe nie gedrückt, wer bekloppt also das verstehe ich nun nicht so ganz Das Spiel ist ganz schön gruselig geworden, also ich meine, der erste war ja schon gruselig, aber irgendwie hat das Spiel auch ein bisschen mehr Gruselfaktor und Erschreckungsfaktor als der erste. Wie ich jetzt so behaupten kann. Soll ich mir vor, meine Stärkung, meine Zitterte. Wenn ich was mit dem Licht ist, ist das cool gemacht, mit dem Helden. Oh, ich wollte ja noch tocken, wenn man so will. Suck! Suck! Okay, jetzt wird's... Überraschung zu führen. Aua! Super! Und wie fehle ich hier gerade? Und das nicht zu kurz. Ich muss eine bessere Taktik haben. Ich sollte irgendwo stehen, wo ich meine Meinung sein könnte, okay, da bin ich von allen Monstern in der Ecke geschützt. Ich würde noch nicht den Stade entsetzen. Warte mal, wie war denn mal die Einstellung, dass ich hier, ähm... ... 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 Boah! Boah! Alter! Ich geh' immer auf den Kopf! Halt's nicht mehr! Boah! Boah! Ach, die Scheiße! Boah! Leute, das ist jetzt nicht böse Stelle gewesen! Trabbeln hier! Okay, Kohle raus! Und der, und wie so wat! Geh' nicht! Okay! Alle Pläde-Ze! Jetzt mehr Energie nehmen 2 Eier Die Technologie voll ist nicht gerade viel Ops Ich geh mal da lang Vielleicht find ich da was Interessant sein könnte Ne das nicht Da ist nischt Ja okay Was liebt sie schon mit oben? Ja Was liebt sie schon mit oben? Äh Energie Geld hab ich grad sagen Ne Geld sieht anders aus Ops Sichering Eigentlich schon Ich geh mal da lang Textlog Serie die Geschichte der Raumfahrt K K K K Das könnte ich hier durchlesen Denn bis gleich Leute Oh da bin ich wieder Interessante Sache So ähm Weiter geht's durch den Fahrstuhl Der deutsche Fahrstuhl So Überall sind Necromovs Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört Dana Ich habe ihn zerstört Wir haben einen Marker zerstört Isaac Die Regierung hat einen weiteren gebaut Auf dieser Station Warum? Es ist mächtige Alien Technologie Und Type-Man will diese Macht Gehen sie zur Bahn Dann bringe ich sie zur Bahnstation Kifunipower Dich nach Verdammt Okay verarsche Ein Speicherteil Okay hier ist mein Fall speichern Ich mag keine Frauen die heute sind gruselig So ähm Ja bis zum nächsten Part Leute Ciao ciao